so meine lieben leute wir werden heute wieder mal transportieren und zwar kabelstapler nach frankreich in salzburg über 1000 km sind wenn man schlafen legen müssen gut ja wir haben letztes mal investiert wieder mal das jetzt noch mal kurz zu zeigen als wir können wir noch einen ecker wieder kaufen haben wir bald bevor wir eben rückzeigen holen dritte garage ist da hier in salzburg schauen wir mal wie es laufen wird ich hoffe ja dass es noch ein stück besser läuft natürlich finanziell wenn zwei lkw uns da jeden tag 20.000 einbringen könnten hier 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 5 Stunden müssen wir schlafen gehen. Also müssen wir schlafen gehen, nicht müssten wir. Nicht ablanden bis wir jetzt wieder beschleunigt haben. Im Regenwetter fahren wir. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Gut, dass wir dann aber Tag weiterfahren, wenn wir schlafen wollen. Das ist super. 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 Karl in Veilnis. Wir sehen uns in Deutschland zusammen. Ausland geht es nach rechts, brauchen wir aber nicht. Am München Nord Vielen Dank. 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 Bye. 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 Oh, oh, oh. Ja, gibt mir wohl nicht was ran. So. Oh, gut. Nächstes Mal, wenn wir hier wegfahren. Gut. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020